Hallo zusammen, ich bin der Markus. Es ist Anfang 2020 und in diesem Video geht es um Norwegen. Wie komme ich da eigentlich hin? Und da gibt es ja grundsätzlich drei Möglichkeiten und über die wollen wir heute sprechen. Und ich habe so ein paar Daten rausgesucht, damit wir mal so sehen können, wie viel Unterschied in Sachen Zeit und Kilometern denn auf diesen Routen besteht. Also mit drei unterschiedlichen Möglichkeiten meine ich Möglichkeit 1, ich nehme die kürzeste Route, die Google Maps mir vorschlägt. Also alles Google Maps Daten sozusagen, sowohl die Kilometer als auch die Zeiten. Ich blende euch das ja auch immer alles schön ein. Die Möglichkeit 2 für all die, die sagen, nee, Fähre kommt mir nicht ins Haus. Also ich will nicht Fähre fahren, ich kann nicht Fähre fahren, ich kotze die ganzen vier Stunden wie ein Reier. Dann könnt ihr über die beiden Brücken fahren in Dänemark. Das ist die Möglichkeit 2. Und Möglichkeit 3 ist, wir lassen auch diese furchtbaren Seebrücken weg und die Fähren und nehmen den Landweg. Und ihr werdet überrascht sein, wie wenig mehr Kilometer das sind, wenn ihr diesen Landweg nehmt. Aber wir starten jetzt mal einfach mit dem kürzesten Weg. Und ich muss ja nun irgendeinen Start und irgendeinen Zielpunkt auswählen. Bitte seid mir nicht böse, ich habe jetzt einfach mal Kassel genommen. Zum einen liegt es mir nahe, weil es nicht weit weg von mir ist. Zum anderen ist es natürlich auch in Deutschland irgendwie einigermaßen mittendrin. Aber es ist auch gar nicht so entscheidend, von wo wir starten, weil wir ja die Differenzen betrachten. Also wie viel mehr Kilometer sind es, wenn wir die Brücken nehmen? Wie viel mehr Kilometer sind es, wenn wir über Land fahren? Also auf dem Landweg. Und deswegen ist das gar nicht so kriegsentscheidend, wo wir starten. Und als Ziel habe ich zwei verschiedene ausgewählt. Nämlich einmal das Nordkap und einmal Bergen. Bergen, weil an der Küste und von Bergen aus kann man ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Da an der Küste, da gibt es schöne Ecken. Und deswegen habe ich gesagt, also nicht Oslo, sondern Bergen. Ja, also im Prinzip auch Willkür, aber irgendwas muss ich ja machen. So. Und dann wollen wir uns das Ganze mal anschauen. Möglichkeit 1. Die kürzestmögliche Route. Also von Kassel zum Nordkap. Da ist die schnellste Route tatsächlich die Fährverbindung über Fehmarn. Also Puttgaden, Röthbihafen, wie der Nicht-Däne sagt. Ich glaube, der Däne sagt so Rövion. Ähnlich. Liebe Dänen, seht es mir nach. Ich werde diese Sprache leider nie beherrschen. Auch wenn ich so gerne in eurem Land bin. Aber es ist schon sehr eigen so mit der Aussprache. Also für uns Deutsche, wenn wir so dieses Wort lesen, wie gesagt, wir würden Röthbihafen sagen. Und nicht Rövion. Ja, gut. Fährverbindung 19 Kilometer und dann fahrt ihr über die Öresundbrücke. Kommt auch an Stockholm vorbei. Könntet da einen kleinen Abstecher machen. Und dann geht es weiter über die E4 entlang am Bottnischen Meer. Busen, das ist dieser nördliche Ausläufer der Ostsee. Und dann noch ein bisschen Finnland und Norwegen Nordkap. Für alle, die sich für so eine Strecke interessieren. Ihr könnt tatsächlich die Fährverbindung und die Öresundbrücke im Bundle buchen. Ich glaube, jetzt so schrecklich viel billiger wird es dadurch nicht. Aber ein bisschen. Und das Tolle ist, dass das Brückenticket gilt sieben Tage länger als die Fähre. Also wenn ihr jetzt von Süden kommt, dann könnt ihr, bucht ihr euren Fährtermin und könnt dann noch so ein bisschen in Dänemark trödeln und euch da was anschauen. Und dann innerhalb von sieben Tagen dann eben die Öresundbrücke nehmen und dann über Schweden weiterfahren. So, jetzt habe ich hier eine Fehlermeldung auf dem Monitor. Na wunderbar. Läuft alles wieder. Genau, ich habe jetzt mal zwei Samstage im Juni genommen, um mal irgendwie so eine breite Daumenpreis zu bekommen. Das war jetzt für Pkw bis 6 Meter 115 Euro einfach. Also Fähre mit Öresundbrücke. Beides zusammen. Ein Weg 115 Euro. So, wie weit ist das? 3000 Kilometer, 35 Stunden Fahrt. Ich weiß nicht so ganz genau, wie Google diese Fahrzeit berechnet. Also ich habe das mal auf der Strecke mit der Fähre Dänemark-Norwegen ausprobiert. Also sozusagen bis zum Hafen und vom Hafen. Und es scheint mir so, als würde Google die Fährfahrzeit mit reinrechnen. Aber eben nicht die Tatsache, dass ihr natürlich, wenn ihr eine Fähre gebucht habt, nicht bis auf die letzte Minute erstens überhaupt auf die Fähre fahren könnt. Ihr müsst ja früher da sein. Also es gibt ja so Eincheckzeiten. Und dann fahrt ihr natürlich jetzt auch nicht so knapp, dass ihr da eine Punktlandung hinbekommt. Also rechnet damit, dass diese Fahrt doch etwas länger ist als 35 Stunden, wenn da eine Fährverbindung mit dabei ist. So, und dann schauen wir uns noch Kassel-Bergen an. Das geht dann ganz anders. Das würde dann eben A7 hoch, Dänemark bis Hürzhals und dann von Hürzhals nach Norwegen mit der Fähre. Google schlägt die Fähre nach Larvik vor. Ich glaube, das ist so ein Kompromiss. Also ich werde ja zu diesen Fährverbindungen von Dänemark und auch von Deutschland nach Norwegen nochmal ein extra Video machen. Jetzt nur mal so viel in Kürze. Ich habe die Fähre von Hürzhals nach Langesund genommen. Die fährt 4 Stunden 30. Die Fähre nach Larvik war teurer. Damals fährt 3 Stunden 45, also eine Dreiviertelstunde kürzer unterwegs. Und nach Christiansand gibt es so Speed-Geschichten. Das war noch teurer, aber auch da gibt es möglicherweise Angebote. Die Fähre fährt nur 2 Stunden 15, wenn ihr diese schnelle Fähre nehmt. Also da fahren, glaube ich, auf der Strecke auch langsame Fähren, aber es gibt eine schnelle, die nur 2 Stunden 15 fährt. So, also von Kassel über Hürzhals, Larvik bis Bergen sind 1400 Kilometer und 18,5 Stunden Fahrzeit. So, Möglichkeit 2. Wir lassen die Fähren weg, weil euch so schlecht wird. Also ich hatte auch echt Bedenken, weil ich in meinem Leben tatsächlich nicht viel Schiffchen gefahren bin. Also ich erinnere mich an einen Urlaub, als ich 6 war und da sind wir von Sylt wahrscheinlich nach Römö gefahren. Ja, also ja, schon. Und da ist mir so kotzelend gewesen. Und deswegen hatte ich echt Angst. Aber ich hatte bei diesem Urlaub tatsächlich auf beiden Strecken, also auf allen 3, von Böde nach Moskenes, das ist ja auch eine sehr lange Fährstrecke. Und wir hatten extrem ruhiges Wetter. Also sowohl Dänemark-Norwegen als auch auf die Lofoten, als auch Göteborg-Frederikshafen. Das war alles sehr smooth und also ich habe zwar tatsächlich quasi vorbeugend so ein Reise-Kaugummi genommen, aber es war also problemlos. Wie das ist, wenn das dann Wetter hat auf der Strecke, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gut. Dann müssen wir erstmal über die Preise reden. Also das kostet Geld. Es sind zwei kostenpflichtige Brücken dabei, nämlich einmal die Brücke über den großen Belt. Das sind eigentlich auch zwei Brücken. Also da liegt in der Mitte quasi eine Insel. Also da gibt es eine Brücke und noch eine Brücke, die ihr aber zusammen bezahlt. Also da auf dieser Insel ist nichts, glaube ich. Also ihr fahrt, zahlt diese beiden Brücken. Deswegen 6,6 und 6,7 Kilometer lang sind die beiden und das kostet 35 Euro PKW oder auch Wohnmobile bis 6 Meter. 35 Euro. Mit Wohnanhänger sind wir dann schon bei 53, also dann seid ihr ja über die 6 Meter. Es gibt aber putzigerweise einen Smart-Tarif, also der ist nicht besonders klug, sondern es geht um das kurze Auto. Also wenn ihr Autos, Kabinenroller, weiß ich nicht, den Twizy, der Toyota IQ ist glaube ich auch, heißt der IQ, ja oder? Der ist auch unter 3 Meter oder keine Ahnung. Es gibt ja mittlerweile dann auch sehr kuriose elektrisch betriebene kurze Autos, dann zahlt ihr nur 19 Euro. Das ist echt ein Schnapp. Ja, aber bei normalem Auto 35 Euro. So und die Öresund-Brücke, die ist 7,8 Kilometer lang, kann man sich eigentlich ganz gut merken. 6,6, 6,7, 7,8. Das ist dann etwas teurer, 49 Euro kostet das Online-Ticket, 54, wenn ihr an der Bezahlstation zahlt. Also beide Brücken zusammen, 49 plus 35 bei einem normalen PKW macht 84, 84 Euro. Mit Wohnwagen und so natürlich dann entsprechend mehr. Also mit Wohnwagen wären es dann schon über 150, ja. Also wird dann schnell doch auch teurer. Aber auch auf den Fähren ist natürlich alles, was höher und länger ist, teurer, ganz klar. Also nicht nur auf den Brücken. Genau, dann schauen wir uns jetzt erst wieder die Strecke Kassel-Nordkap an. Und da habe ich ja gedacht, das muss doch weiter sein, also spürbar weiter. Aber es sind tatsächlich nur 3.150 Kilometer, also 150 Kilometer Umweg. Also bei dieser Strecke weniger als 5 Prozent Umweg. Und ebenfalls 35 Stunden, sagt Google. So, Kassel-Bergen, da sieht es anders aus. Also da ist der Umweg deutlich größer. Hier haben wir fast 450 Kilometer mehr, als wenn ihr jetzt diese Fährverbindung nehmt. Also von Kassel wären das bis Bergen 1850 über die beiden Brücken. Ein Drittel mehr, also deutlicher Umweg. So, und jetzt wird es ja richtig spannend. Möglichkeit 3, der reine Landweg. Da könnt ihr so richtig Länderpunkte sammeln. Fachbegriff aus der RTL-Sendung Tutti Frutti. Die Jüngeren von euch können das einfach bei Wikipedia mal nachschauen. Wenn wir nördlich des Mainz starten, fahrt ihr durch Polen, Lettland, Litauen, Russland, Finnland und dann noch ein Stück Norwegen bis zum Nordkap. Das sind viele Länder. Wenn ihr südlich des Mainz startet, dann fahrt ihr sogar noch durch Tschechien durch zusätzlich. Also sechs Länder und Norwegen. Hab da einiges gesehen. So, wie lang ist das jetzt? Also der kürzeste Weg über Land, der allerdings Probleme macht, dazu gleich mehr, das sind 3700 Kilometer. Und da habe ich echt gedacht, das sind ja nur 700 Kilometer mehr als die kürzeste Strecke. Und ich habe gedacht, man fährt ja so, das muss doch viel, viel mehr sein. Aber das ist jetzt überraschenderweise nicht so viel mehr. Das Problem ist nur, wenn ihr das so macht auf der kürzesten Landroute, dann braucht ihr ein echtes Russlandvisum. Das heißt, zur Botschaft latschen, euch so ein Visum besorgen. Dann müsst ihr auch nachweisen, irgendwelche Hoteltickets oder, keine Ahnung, Einladungen. Das ist dann alles ein bisschen komplizierter. Deshalb empfehle ich das jetzt nicht. Sondern wenn ihr das macht, dann nutzt die Möglichkeit des E-Visums. Das gibt es für den Raum St. Petersburg. Da gibt es allerdings Einschränkungen. Es gibt nämlich nur vier Grenzübergänge, die ihr dann benutzen dürft. Und das heißt, ihr könnt nicht den kürzesten Weg nehmen, sondern ihr müsst auch noch über Estland fahren. Also Lettland, Litauen, Estland. Und da ist der einzige mögliche Grenzübergang, wenn ihr von uns auskommt. Also ich habe ja gesagt, es sind vier. Die drei anderen sind allesamt im Norden zu Finnland. Also in Finnland könnt ihr an drei Stellen wieder raus aus Russland. Aber Rhein geht nur in Estland. Das heißt, ich habe den Ort gleich, bitte. Narva auf der estischen Seite in Estland. Und Ivangorod heißt der Grenzübergang, also auf der russischen Seite. Ivangorod, das ist der Grenzübergang. So, und das sind dann 100 Kilometer Umweg. Also dann sind wir nicht mehr bei 3.700, sondern 3.800. Also 800 Kilometer mehr, als die kürzeste Route lang ist. Wie funktioniert das mit diesem E-Visum? Ich habe das mir jetzt alles angelesen. Ich habe es ja selbst noch nicht gemacht. Also alle Infos auf russische-botschaft.ru. Da steht das auch alles auf Deutsch. Wenn ihr das Visum beantragt, das geht, glaube ich, nur auf Englisch. Ihr müsst es in einem Zeitfenster von 20 Tagen bis zu 4 Tagen vor der Reise beantragen. Also ich würde es jetzt tatsächlich auch nicht zu kurzfristig machen. Also 4 Tage ist sowieso spätester Zeitpunkt. Ich würde mal sagen, so 10 Tage sollten es dann schon sein, damit das auch alles sicher ist. Ihr braucht drei Dinge für dieses Visum. Also ihr braucht einen Laptop und ein Sofa, wo ihr das machen könnt. Die zählen nicht dazu. Ihr braucht einen Reisepass, tatsächlich, den ihr dann auch mithaben müsst, wenn ihr nach Russland einreist. Das ist ja das Schöne, wenn man in Europa bleibt. Also ich habe nicht einmal irgendwas vorgezeigt, aber es reicht auch immer der Personalausweis. Aber da braucht ihr natürlich dann einen Reisepass. Und auch zum Beantragen dieses E-Visums Reisepass. Dann braucht ihr ein Passfoto. Das ist auf der Seite auch alles genau beschrieben. Welcher Ausschnitt vom, also diese üblichen Vorgaben. Nicht lächeln, Augen müssen sichtbar sein, keine Kopfbedeckung, keine Brillen. Oder wenn ihr eine Brille aufhabt, dann müssen die Augen aber gut erkennbar sein. Also nicht, dass das da irgendwie spiegelt. Und nichts im Hintergrund, also die üblichen Vorgaben, die an solche Passfotos halt, also an echte Passfotos gestellt werden. Und ihr braucht eine Reisekrankenversicherung, die die russische Föderation mit abdeckt. Ich habe jetzt tatsächlich, es tut mir leid, nicht nachgeschaut, ob das tatsächlich was Besonderes ist. Oder ob das in diesen normalen 8, 9, 10 Euro, was kosten diese Reisekrankenversicherungen, standardmäßig mit drin ist. Also da müsstet ihr dann nachgucken. Aber das sind die drei Dinge. Reisepassbild und die Krankenversicherung. Und das Beste daran ist eben, dass ihr sonst nichts braucht. Also ihr müsst nicht nachweisen, wo ihr übernachtet, mit Hotelbuchungen oder sonst was. Oder ob ihr da irgendwelche Bekannten oder Freunde besucht. Und dann müssen die dann irgendwelche, das ist ja bei dem normalen Visum das, was so umständlich ist. Das E-Visum ist in der Beziehung dann tatsächlich sehr viel einfacher. Aber eben auch mit Einschränkungen. Also wie gesagt, es gelten nur diese vier Grenzübergänge an Straßen. Straßen plus, ich kann das ja euch noch eben sagen, das sind der Seehafen Vysotsk, der große Hafen in Sankt Petersburg und der Passagierhafen in Sankt Petersburg. Also über die könntet ihr auch einreisen und über den Flughafen. Und beim Straßenverkehr, wie gesagt, diese vier Teile, vier Übergänge. Genau, so und dann vielleicht noch ein kleines Wort zur Strecke. Wenn ihr die noch so ein bisschen ausdehnt, dann könntet ihr tatsächlich auf dieser Strecke eins, zwei, drei, vier, fünf Hauptstädte besuchen, die dann, ja. Ja, also Warschau und Riga liegen sowieso auf der Strecke, tatsächlich ohne, dass ihr irgendwie Umweg fahrt. Wenn ihr noch ein bisschen Umweg macht, dann könnt ihr noch Tallinn mitnehmen. Das ist die Hauptstadt von Estland. Wenn ihr dann nochmal ein bisschen Umweg macht, dann noch Vilnius. Das ist die Hauptstadt von Litauen. Und wenn ihr dann noch einen kleinen Umweg macht, dann könntet ihr auch Helsinki, also die Hauptstadt von Finnland, mitnehmen. Also dann hätten wir Warschau, Riga, Tallinn, Vilnius, Helsinki. Fünf Hauptstädte auf dieser Route für 4.225 Kilometer. Also das wären dann 1.200 gequetschte Kilometer mehr als die kürzeste Strecke zum Nordkap. Das nur nochmal so, also da ist schon einiges möglich und da könntet ihr auch schon schöne Sachen entdecken und erleben. Keine Frage. Genau. Habe ich noch was vergessen zum Thema? Nein, ich glaube nicht. So, und dann schauen wir uns jetzt noch als letztes das an, was am wenigsten Sinn macht. Es sei denn, die Reise ist das Ziel. Das kann ja sein, dass ihr das so seht. Das ist also, wenn wir dann auf dem Landweg nach Bergen fahren und da seht ihr schon, das muss ja ein Umweg sein. Und das ist ein deutlicher Umweg. Ich suche nochmal gerade die kürzeste Strecke von Kassel nach Bergen waren 1.400 Kilometer. Und wenn ihr jetzt diesen Landweg nehmt, dann sind wir bei 4.500 Kilometer. Also 1.400 zu viel, das sind 3.100 Kilometer mehr. Habe ich das richtig gerechnet? Ja. Also das ist das Dreifache. Oh Gott, ich hätte mir das vielleicht vorher. 1.400 mal 3 sind 3.42. Ja, mehr als der 3. Mehr als das Dreifache. Also jetzt einfach nur um, ich will nach Bergen und aber keine Fähre und keine Brücken. Also keine langen Seebrücken, dann solltet ihr euch was anderes überlegen. Vielleicht fliegen oder so. Das ist schon heftig. Plant schöne Urlaube. Genießt die Vorfreude auf diese geplanten Urlaube. Und nehmt euch Zeit für Urlaub. Und macht das nicht so stressig. Also deswegen, ich kann nur echt empfehlen, fahrt mal nach Norwegen, das nimmt Geschwindigkeit raus. Es geht langsam voran, ihr seht wahnsinnig schöne Landschaft, ihr entdeckt tolle Sehenswürdigkeiten. Die Wasserfälle, die, weiß ich auch, diese kleinen Fahrten mit den Fähren und so. Das ist irgendwie alles doch was Besonderes, was man so nicht jeden Tag macht und hat. Und ja, und es gibt ja echt viele, viele Möglichkeiten, was ihr da noch so tun könnt. Also Whale-Watching wäre auch sowas, was ich unheimlich gerne mal machen würde. Das ist sehr, sehr teuer, aber vielleicht gönne ich mir das beim nächsten Norwegen-Urlaub mal. Ich glaube, das kostet aber 200 oder 250 Euro oder so. Also das ist schon ein Wort. Aber Whale sehen, mehr mal was. Also Norwegen bietet extrem viel. Ich danke fürs Zusehen und wünsche euch einen schönen Tag. Alles Gute, bis bald.